Leicht verfrüht von Eva K. Kühn Er steht im Laden im Regal, er leidet Stress und Höllenqual, denn unter Mantel, Schal und Mütze schwitzt er in der Septemberhitze. Ich könnt den Frühen ignorieren, wird er nicht so mein Mitleid rühren. Drum nehme ich ihn mit nach Haus, dort ziehe ich ihm den Mantel aus und schicke ihn auf die letzte Reise, indem ich ihn komplett verspeise. Erlöst ist er von seiner Qual, der frühe Niklaus kann mich mal.